so ich weiß gar nicht wo wir beim letzten mal von den maps stehen geblieben sind also das letzte eine golf map ja das letzte mal hatten wir eine eis map na ja war das nicht der von diesen typen der auch ja das war das mit den vielen aber das war das ich weiß zumindest wo ich dann zwei bin schon drinnen ich bin schon lange einladen ich habe die ich habe die eingeladen bevor du überhaupt reingehst leute ich glaube in half life zwei gibt es keine einzige half pipe das ganze so gespielt also ich nicht allgemein keine shooter auch also doch half life zwei habe ich gezockt nein nein ich meine ich würde aber besser schieben könnte bester shooter war sowieso day of defeat source gibt nichts besser habe ich habe ich noch nicht gespielt war super das ist doch dieses spiel wo man nazis gegen alliierte macht oder so die achsenmächte gegen die alliierten genau genau ich sag immer nach so was sind die achsenmächte also die italianos sind damit bei und so weiter ja und die japaner und die österreicher glaube ich auch ja österreich ungarn aber am besten am besten ist immer noch wie heißt das noch mal omaha beach ah geil norman die d-day super d-day man geht mal sage ich mal los ja gute frage also ich habe mich auch für ich ja da sind wir und das ist dann wenn dann wenn du das frage stelle hoch geschafft übergesprungen nein zu schieten wieso denn hier schieten ist das mies ja alles käse hier Das ist doch alles geheißig. Tiny Islands heißt die Map. Also Tiny sind die Islands. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ich hab die Angst, Klopfs. Jo. Na, zu weit. Achtung, da hinten geht's abwärts. Nein. Aufwärts, abwärts, drei Tage wach. In der Hose ungeziefer, drei Tage wach. An die Zeile kann ich mich grad nicht erinnern. Doch, tatsächlich. Im Moment, wenn im Spiel keine Musik ist. Ah. Doch, ganz leise im Hintergrund. Hast du da ein... Was ist das, ein Börek obendrauf? Taco. Taco-Dienstag. Taco-Dienstag, ja. Ist das grad eine Anspielung auf Lego Movie? Ja. Weil da gab's auch eine Taco-Dienstag. Ich weiß. Ich weiß. Das tut's, was ist klar. Mhm. Sonst wär's ja keine Anspielung. Sonst würdest du die Anspielung nicht machen. Bin ich drin? Nein! So knapp. Sonst würdest du die Anspielung ab? Now I'm thinking with Portland. Dann neppen. Zentimeter. In meiner Richtung reingeschafft. Ich bin Erster. Ja, das bist du. Der Zweite. Freu dich einen Keks, mein Freund. Hab ich schon. Okay, man kann nicht abkürzen. Ist das schwierig. Wie liege ich denn jetzt hier? Das ist aber kompletter Mist. Okay, vergiss es. Okay, das wird so nichts. Ihr müsst in die Kanone. Ja, ich weiß. Ich bin da irgendwie durch Zufall. Aber ich weiß nicht, wie ich da wieder hinkomme. Ah, okay. Ich stelle mich mal gerade wieder extrem dämlich an. Was soll's. Bitte bleib da liegen. Ganz viele Kanonen. Ganz viele Kanonen. Ganz so viele Kanonen. In die Kanonen. Und dann oben ins Fenster rein. Ist das auch Kanon... Ist das auch Kanonical? Kannst du nicht das was kanonisch? Nein. Das heißt, wenn etwas zu einer Sache dazugehört. Quasi so der Kanon der Winsch-Etherie. Ah, der Kanon. Genau. Okay, ich überleg gerade, wo man überhaupt hin muss. Ich weiß, wo man hin muss. Das war aber etwas blöd. Naja, so tun weiss ich vielleicht auch nicht. Okay, ich krieg's nicht hin. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Ich bin mir noch gerade überhaupt nicht sicher. Ah. Ach, du Scheiße. Wie soll das denn gehen? Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen. J.K. rollen, rollen, rollen. Rollen. Das ist Kacke. Geschafft. J.K. rollen, rollen, rollen. Oh. Rollen. Da muss man hin. Ja, da muss man hin. Ihr müsst da hin. Nein, nein, nein. Bleib. Was hat Norwegen damit zu tun? No way. Wie geil. No way. Oh, wo flieg ich denn hin? I believe I can fly. Wie dumm. I believe I can touch this guy. Im Übrigen, man sollte nicht sagen I believe I can touch this guy. Das könnte falsch rüberkommen. Was? Verstehst du? I believe I can touch this guy. Oh. Also, Mädels, sag das lieber mal nicht. Because when you just believe it, then... And then do... And you... No. No. Arschloch. Das war's. Ja. Das war's. Oh. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Das sieht einfacher aus. Und eingelocht. Condor. Jo. Eingelocht. Condor. Eine Condor-Door. Schnuggi. Was ist denn mit dir los? Sind denn hier immer noch die Hände? Jo. Miegel. 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 Wo? Miergol. Miergol. Nee, kennst du das nicht? Das war ja... Echt. Nein. Nein. Hobbit-Name. Ganz ehrlich, ich geh den weiten Weg. Ach, geschafft. Jupp. Und der Daria hat ebenfalls eingelocht. Jupp. Warum bin ich nicht leicht den weiten Weg gegangen eigentlich? Weil du nicht den weiten Weg gegangen bist. Sieh, sieh. So, bin ich letztes? Nein. Nein. Du bist... Boom. Zwei Punkte Vorsprung. Okay, das sieht interessant. Geschafft. Ah. Jupp. Boah. Oh Gott. Bram, danke für deinen Rate. Vielen lieben Dank. Okay, Scheiße. Was ist denn jetzt los? Und herzlich willkommen. Was gab es denn bei euch? Ach, komm schon. Was habt ihr gespielt? Sorry. Ja, ja, ja. Juhu. Ha. Oh, jo, 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 jo. Oh, nee. Oh, nee. Nee. In vier Schlägen eingelocht. Was gab es bei euch? Was habt ihr schon losgemacht? So, wenn man versucht, eine Diskussion zu... Man versucht, nicht eine Diskussion zu fällen, aber... Wenn man versucht, vernünftig zu reden... Ah, jetzt. Frisch ist, regnet, dauernd... ...dienst verändert und dann Mario Galaxy. Uh, sehr geil. Mario Galaxy muss ich auch noch spielen. Ja, ich hoffe, du hattest einen schönen Stream, oder ihr? Ich trau mich da gar nicht rüber gerade. Wir machen heute so ein... Wir sind so klein, together. Nein, das ist doch nicht deine. Ja, manche immer, eine together-Abend am Sonntag. Also fast immer. Danke. Gern geschehen. Wir sind doch eine Familie jetzt. Jetzt stimmt. Mario Galaxy kenne ich gar nicht. Nicht? Nee. Also, kenn schon, aber noch nie selber gespielt. Ebenso. Also, ich bin kein... Ich glaube, ich habe nur ein Mario-Spiel gespielt. Das ist Mario World 2. Die se... Z... Z... Sechs Coins. Nein. Okay, ich gehe den langen Weg. Guter Plan. Oh, oder? Frisches... Ja, ich gehe auch den langen. Ach ja, Trolls sind ekelhaft. Kenne ich die Genüge. Hatte ich bei Crash Bandicoot ganz oft. Trolls? Ja. Bei Crash Bandicoot hatte ich das. Das war... Sehr interessant. Ja. Ja. Also, dass du so viel Halt hast. Oder bei Fantasy aber auch. Wo es dann halt nur hieß, ja, du musst das aber auch dann so und so machen. Und dann halt wirklich auch komplett Backseat-Gaming. Und ich denke mir so, Alter, Leute, lasst mich das doch machen. Wie ist das so richtig, Alter? So, ich kenne das Spiel noch nicht. Oh, jetzt bin ich aber mit weitem Abstand letzter. So, wo müssen wir hin? Das ist jetzt... Das ist so nicht. Ich bin zu spät gesprungen. Viel zu spät. Okay, ist das Loch hinter den... Wo ist das? Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe noch kein Loch. Ja, das Loch ist hinter den... Ah, ich sehe schon. Ja, ich habe es auch gesehen. Man muss drüber springen oder irgendwie drüber kommen. Oh, ist das gemein. Bleib da liegen, bleib da liegen, bleib da liegen, bleib da liegen. Yes. Jo, ich auch. Na, noch nicht ganz. Schade. Ich kann ihn... Kann ich aber noch... Mit Backseat-Gaming kann ich aber noch rumgehen. Ja. Es ist zumindest noch angenehmer. Es ist dort eher angenehmer. Lieber Backseat-Gaming... Zwar scheiße, aber angenehm. Backseat-Boist ist schon unangenehm, Aldo. Es kommt jetzt drauf an. Die Hinterstraßen. Masaki, Mohon. Hi Masaki. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ja. Ja, 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 ja. Na, kommt schon. Oh, nein. Nein, ich fahre da jetzt nicht runter. Ich bin der Einzige, der reingekommen ist und ihr beide so. Na gut, ich stand nur davor. Ich stand nur davor. Ja, du standst davor, aber... Sag mal, was stimmt denn heute nicht mit mir? Keine Ahnung. Naja, naja. Bruder, du hast dich mit dem Teufel verlobt, also. Ey, der war geil. Das war ein Move, Alter. Ich glaube nicht, dass du der Teufel bist, aber ja. Der Deibel. Der Deibel. Oh, hast du ne Ahnung? Der Deibel hier. Hast du ne Ahnung? Du bist gar... Naja. Sag mal so. Ich glaube, meine christlichen Sensoren hätten schon ausgeschlagen. Biep, Biep, Biep. Dämon, Dämon, Dämon. Nee, 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 weißt du, ich bin in Cognito. Alter, was? Ich bin in Cognito unterwegs. Ach so, ja, aber dann, ich hab so nen Schwitzchen. Nein, 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 das, das, das funktioniert dabei nicht. Ah, okay. Glaub mir, das, das funktioniert dabei nicht. Bruder, 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 Bruder. Stimmt einer von diesen antiseptischen Reitern, oder wie die heißen? Die Apokalyptischen. Apokalyptischen. Sag ich ja, antiseptisch. Nein. Antizyklischen, diese antizyklischen Reiter da. Ah, komm schon. Ja, frisches Reiter wird wieder ab. Dieses Pizzastuck, oder dieses Börig, oder was das ist, wie das hier hin und her rennt. Taco. Taco-Dienstag. Taco-Dienstag. Es ist immer noch der Taco-Dienstag. An Sonntag, wohlgebracht. Ja, es ist jeden Tag Taco-Dienstag. Es gibt nur Taco-Dienstage. Und wenn es keinen Taco-Dienstag gibt, dann gibt es ein Pizza-Mittwoch. Okay? Gut. Okay, das ist interessant. Ah, okay, das ist... Okay, jetzt weiß ich. Das ist, äh... Ah! Eingelocht. Juhu! Nein! Das sind immer diese Wagenräder, die uns rumfuxieren. So! Vorletztes Loch. Ich glaube, ich gewinne noch. Ich glaube, ich gewinne noch. Vorletztes Loch, Jadys und Gentlemen, ja. Oh. Sorry. Hey! Oh! Oh! Bleib! Bleib! Oh Gott! Okay. Oh scheiße, da liege ich jetzt. Okay, das ist jetzt mal ein... Oh Gott! Akt. Und ja, ich bin zu. Nein! Ich bin rausgesprungen. Okay. Jetzt bin ich drin. So, ich komme gleich nach. Ja, das ist jetzt Zeit. Wir warten. Boink. Wir warten geduldig. Auf dich. So! Hier, letztes Loch. Oh, Mensch! Wer ist denn da? Wo müssen wir hin? Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir hin. Ah, ja. Okay. Wir müssen die nach hinten. Da müssen wir hin. Oder wir müssen... Ah, okay. Ich glaube, wir müssen nach hinten, aber... Schön hinten rein. Okay. Ihr könnt auch an den Seiten lang. Ihr müsst nicht die Rampe oder... Naja, nehmt wie ihr wollt. Äh, alle außer mir haben die Rampe... Äh, nicht die Rampe genommen. Ja, ich habe auch nicht die Rampe genommen. Deswegen sage ich ja. Alle außer mir. Ja, okay. Ihr müsst ja nicht die Rampe nehmen, habe ich doch gesagt. Ich wollte aber die Rampe nehmen. Oh, thank you for playing. Das ist aber nett von denen. Hui. So, und eingelocht. Wow. Danke. Ich hätte nur gesagt, dass du da hinten runterkippst. Nein! Das wäre auch passiert. Ich habe nur eine Paar geschafft. Ich habe nur eine Paar geschafft. So, Ladies and Bellemen. Äh, Eidaria's Erster. Eidio! Mann, ey! Käsefucker. Käsefucker. Und ich habe auch einen Käse bekommen. Ich habe einen Hinkstruck bekommen. Das passt zu meiner Seele. Gerade auch. Ich habe einen Rappenkorb bekommen. Ich habe auch einen Käse bekommen. Sehr geil. Das war alles Käse hier. Bei mir rieche ich nur der Weihnachtskäse, du. Ja, ganz später gibt es dann noch Herr der Ringe wieder. Und vielleicht noch ein bisschen Widget, nachdem wir hier fertig sind. Ja, ja. Sofern frisches Damage konform gehen kann. Widget? Ja, muss ich mal gucken. Ich muss ja auch noch arbeiten heute. Ab morgen habe ich Urlaub. Ich muss noch ein bisschen was machen. Ach was. Musst du irgendwelche, ähm, verwaltungstechnischen Tätigkeiten erledigen? Das klingt bei dir so, so langweilig, wenn du das sagst. Das ist auch langweilig. Aber ja, äh, muss ich. Ich meine, inwiefern ist irgendwelche Formulare an, für ausfüllen, hört sich nicht nach dem Höhepunkt des Spaßes an. Doch, klar, unbedingt. Hundertprozentig. Formulare ausfüllen? Siehst du so mal? Ich meine, ich stelle mir gerade vor, so Jack, so Kritik von Jack 2, so wäre besser gewesen, wenn man Formulare ausfüllen müsste. Oh Mann. Oh Mann. Ich stelle mir so Formulare den ganzen Tag aus. Also, ich bin noch kein Beamter. Ich stelle mir das gerade so vor. Ja, mit diesem Spiel kann man schießen und die Welt ist total schlimm. Schön, aber es gibt keine Formulare zum Ausfüllen. Lasst das Formulare regnen. Lasst Remoulade regnen. Hm, Remoulade. Ja, stimmt. Habe ich ewig nicht mehr gegessen, ne? Remoulade. Ich glaube, bei mir ist auch etwas her. Und wo sind wir gelandet? Ich dachte, ich kann schon schlagen. Ich dachte, ich kann schon schlagen. Ich gucke mal gerade, wo. Mann, das sieht nach einer relativ langen Möp aus. Ich frage mich einfach, warum ich keine Musik mehr höre durchgehend. Doch, doch. Ich höre welche. Okay. Ich nicht. Ah, da müssen wir hin. Okay, jetzt verstehe. Mhm. Okay. Nein. Juhu. Pa. Ja. Denk it. Nein. Sommer, ich bin zu blöd zum Kappen. Hey, ich will doch spiel. Nein, immerhin habe ich es mal rüber geschafft. Und bei der nächsten Map werde ich angeschrien, wenn ich die Musik auf volle Pulle habe. Ah, ich habe es geschafft. Echt? Ja, komm schon. Ich bin so rüber gesprungen, Sio. 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 Ich bin so viermal rüber gespringt. Gespringt. Ja. So. Ach Gott, habe ich gute Laune. Das ist schon krankhaft. Das ist schon krankhaft. Das ist schon krankhaft. Ah. Aber wir haben eine Piraten-Map oder sowas in der Art. Jetzt ist es plötzlich wieder lauter. So. Ah, da muss man hin. Okay, jetzt habe ich mich rausgekommen. Was ist das gemein? Nein. Pirate Invasion heißt die Map. Pirate Invasion hat meine Leertaste gerade nicht besonders gut funktioniert. Die war wahrscheinlich leer. Der war schlecht. Der war echt schlecht. Der war wichtig schlecht. Nein. Ah, okay. Okay, das funktioniert nicht. Wir gehen den normalen Weg. Geschafft. Yay. Nein, 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 nein. Falsch. Flieg, kleine Maus. Flieg. Jetzt ist es Frieden. Bogen. Nein. Bogen. Bogen. Was ist da los? Flieg da ein bisschen scheiße. Frau LP, was da los? Ja, her LP. Er sei noch nicht verheiratet. Aber fast. Aber fast. Ja? Wir sind dem ganz so ein großes Stückchen hergekommen, ja? Oh ja, das stimmt. So, bin ich schon erster? Jawoll. Nein. Im Endeffekt hat er die jetzt bei ihm, dass er sich irgendwann heiratet. Wir sind beide zusammen. Also. Oh Gott, im Himmel. Was hat der da jetzt zu tun? Hm? Nein, das war's. Oh. Hui. Glück gehabt. Das gibt es doch hier nicht. Doch. Es gibt es genau hier. Hier und nirgendwo sonst gibt es sowas. Da bin ich verhungert. Immer diese Bälle, die verhungern. Sie tun mir so leid. Oh. Oh. Spenden Sie jetzt einen Euro an einen Ball in der Fülle. An einen Ball in der Fülle. So traurige Musik und der Ball ist in der Fülle. Jedes Jahr sterben fünf Golfbälle an. Vorhungern. Jedes Jahr vorhungern fünf Golfbälle in Afrika. Spenden Sie jetzt. Ist du drin, Frau Eppich? Was? Zehn, 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 äh, zehn Golfbälle in Indonesien können nicht richtig lesen und schreiben. Bitte spenden, bitte spenden Sie einen Euro für jedes Kind, was er richtig lesen und schreiben kann. Wie soll ich, wie soll ich da rüberkommen? Ah, die großen Fragen des Lebens. Man muss ins, äh, in die, ähm, ins Fass rein. Ah. Man muss in die Fasse rein, hm? Da müsste er im Fass nicht damit auskennen. Ja. Welches? Ah, nein! Oh, ist das gemein. In der Bibliothek heißt die mehr Private Enrape. Private Enrape. Private Enrape. Private Enrape. Private Enversion. Das ist eine Enversion, die von einer Privatperson gemacht wird. Sind, bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht, hm? Das war noch acht. Man muss, wie weit muss man bitteschön? Oh. Ganz weit. Ja, ich seh's gerade. Ich muss demnich, da muss ich demnich meine Schlägergeschwindigkeit erhöhen. Tule Maximum. Nein, war Spaß. Und ich bin drüber geflogen. Ah. Ja. Ist das gemein? Das, äh, ja, okay. Ach, komm. Ich, äh, verstehe. Du verstehst was? Nee. Ich, ich, eigentlich nicht, nee. Eigentlich verstehe ich nicht. Ei, ei. Ja, komm. Okay. Eigentlich verstehe ich sogar nichts. Okay. Mein Verständnis ist schon wieder hervorragend. worauf warten wir noch dass ich endlich reinkommen so so ja so fände nicht wieder raushöpft so wie wir ja wieso ist da wasser drin geschafft weil das loch was trinken möchte das trinkt ja wie ein loch ne warte schlechte witze jetzt auch in ihrem stream ja ein loch in ein ein loch in ein aber nicht darüber so ein bisschen wie dexter in jack 2 ich weiß nicht ich würde gerne mal den synchronsprecher von dexter finden nicht nicht finden sondern hören so jetzt habe ich das wort gesprochen eigentlich das weiß ich nicht aber du kennst jeden gothic schneiden war spaß ich erkenne die not wieder so ist es nicht aber ich weiß nicht wer will spricht also ich habe ein echt gutes gedächtnis auch was videospiele betrifft aber mir jetzt dann noch zu merken welcher synchronsprecher wehenspricht und wie lange und in welchen spielen da bin ich überfragt aydaria halt die augen zu spinnen ich habe das gemerkt hat ist wenn ich nicht gesagt hätte ich hätte gemerkt spätestens ab dem punkt wo ich da so komisch gelegen habe bin die ömer was hat das mit piraten zu tun minstadt und so das könnte auch noch ist die piraten insel tortuga wollte ich gerade sagen was tortillas hat jemand gesagt nein taco dienstag ok wohin müssen ok ja ja wohin muss ich muss sie einfach hier lang oder war das war zu weit jetzt hier runter klar heute weg ok muss ich ihnen das auch nö wir müssen in eine der truhen rein nein wo bin ich denn jetzt eingeloggt in deinem bord body body was habe ich da body hey hast schon ein body geschossen das ist wenn man an bord eines schiffs ein birdie schießt nein endelbrennen nein achja weil wir gerade von jack 2 gesprochen haben aydaria fallest du dieses hau den metallschädel spiel am ende gegen ende auch so nervig äh ja so ein bisschen als ich das allererste mal gespielt habe habe ich ewigkeiten für gebraucht genauso wie für dieses ekehafte dinge in den slums und das rennen mit arrow wobei das rennen mit arrow dafür habe ich diesmal auch ewigkeiten gebraucht auch hast du ja man frage aber bitte nicht warum weil ich habe keine ahnung warum ich mich so blöd angestellt habe ich war irgendwie nicht ganz bei sinnen bei sinnen drinnen bei sinnen drinnen heller von sinnen wer war das nochmal oh die ist geil hallo äh 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 kameratistin die ist super ich glaube er redet nicht zwangsweise von der seite von das ist mir doch egal mit hugo egon balder keine frau nach keine frau nach flüssiger sein als ich hugo trinke ich gerade äh das klar irgendwie ist hugo nicht so ein klassisches frauengetränk ja mit holunder mit sekt oder so ein scheiß ne äh äh ja holunderblüte minzgeschmack mit holunderblüte und minze ah eingelocht und dann habe ich dann habe ich auch noch den blauen von gestern äh das kannst du gar nicht machen so schnell du bist in ein anderes loch ja scheint so passiert ne sorry mate du musst da nicht hin Aydaria wo rennst du denn hin du musst ja es hätte doch sein können dass das die rampe hoch also ich habe jetzt ein anderes Loch genommen ja genau deswegen es hätte doch sein können dass das auch klappt was also da hinten kannst kannst du auf jeden fall rein wenn du möchtest aber ja nö 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 lass mich nö 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 ein nö 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 dé diese dreh dinge ja ja im übrigen weil wir die das ja vor kurzem ich glaube das war diese woche hast du ja die sache mit dem grab mal schon hochgeladen ja und in den zwei lines die mir im gedanken geblieben sind von jack 2 sind das so oder so von baron praxis kannst du mit deinen freunden reden aber nicht im stream egal was du privat so machst nein spaß erzähl weiter genau einfach nur weil er das sind fast in jedem zweiten satz sagt und halte dem das was diese eine stimme bei diesen memory-ähnlichen spiel sagt so waffen sind etwas für die schwachen ach ja du darfst in dieser prüfung keine waffen benutzen das war nicht geplant wieso bist du wieder da hinten dank dir weil du voll in uns rein bist und mich rausgekickt hast aber solltest du da nicht zurückgesetzt werden ich lag ja noch nicht ich lag noch nicht das war so sorry heimliche stille du bist der einzige aber das ist so geil nicht ganz was ich wollte so jetzt bin ich auch hier ich glaube sie ist beleidigt dass du es lachst macht es nicht besser stop it nein na komm hey body 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 borderlands ja ich gewinne noch so thanks for playing ja kein problem wieso wieso bedanken sich eigentlich entwickler dafür dass wir ihr spiel gespielt haben ich meine eigentlich sollten wir den doch danken weil sie uns das spiel gemacht haben ich wollte ihn gerade wegkicken ja das wolltest du hast gewonnen ich du bist erster geworden weil ein gewisser jemand mich rausgekickt hat das war nicht geplant das ist ja geil hat mir gefallen warum ist da ein sternchen hinter ich glaube da kann man es favorisieren mein Name ist gelb Was? Ja, ich weiß. Das passiert, wenn man da drauf drückt. Ich müsste kurz wohin. Viel Spaß. Bin gleich wieder da. Jaa! Hoffentlich geht er jetzt nicht cutten. So, Options. Oh ja. Jetzt kommt's. Ball anpassen. Ja, das hat mir alles noch nicht so gefallen. Pününününü. Hm, was nehm ich denn mal? Weiß ich nicht. Ah, ich weiß, was ich nehme. Ich schon. Oh yeah, ich ahne es. Ich ahne es fürchterliche. Ich ahne es fürchterliche. Ich ahne es fürchterliche. Ich ahne es fürchterliche. Achso, ich kann ja schon mal auf breit klicken. Gibt es auch die Farbe? Ich ahne es fürchterliche. Ich ahne es fürchterliche. Ich ahne es fürchterliche. Ich ahne es fürchterliche.